herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge 7 days to die wir müssen noch das moped ausräumen jasmin ist übrigens auch dabei ja hallo ich habe jetzt hier mal ein bisschen das fahrrad kann ich auch hier lassen wenn ich im moped unterwegs bin und tanken ein bisschen was muss nur aussortieren was habe ich jetzt noch alles dabei ich habe nur du es mir schon ich weiß nicht das sollte eigentlich reichen oder das ist ja gar nicht so viel herrlich let it burn let it burn let it burn was muss ich denn jetzt hier alles noch wegsortieren pflastersteine haben wir wir haben noch ein bisschen was für die munitionskiste und transformers lumpen lasst dich nicht lumpen die lumpen sind nicht voll da oben brauchen wir noch einmal die transformers kiste zack munitionskiste und trübes wasser brauche ich eigentlich auch nicht aktuell das fahrrad noch weg bringen und auf geht's der händler hat was zu tun für uns eine mission der extra klasse was denn ich soll vorräte abholen die faule sau hat keinen bock nach feierabend noch mal loszustratzen weißt du ich sag dir das ich habe ihnen erst mal gesagt du kannst deinen scheiß auch alleine machen also du kannst meinen scheiß auch alleine machen habe ich gesagt okay mach ich das eben wenn du das sagst so ist das abgelaufen ja das nächste mal überlegte sich das zweimal so sieht das aus ich bin nass ein echter biker lässt sich doch nicht vom scheiß wetter abhalten hier es gibt kein scheiß wetter ja es gibt nur scheiß motorrad klamotten in meiner jugend da bin ich immer oben oberkörper frei gefahren wenn so ein wetter war Molle raus und ab geht die Lutz die Lutz also fahr ich eigentlich um den Weg es gibt keine Gesetze Anarchie ich hab mir jetzt extra das genommen was am weitesten weg ist in der hoffnung dass ich dafür auch besseren stuff kriege aber wir kennen ja alle diesen Halsabschneider da Traitor Joe bevor du da was gutes kriegst da musst du aber schon andere Sachen leisten dieses Schwein weil er einsam ist musst du da wieder buddeln denn ne mhm ne ich muss ja nur was abholen ja die Vorräte die musst du buddeln ist nicht gesagt kann ja auch ne Tasche sein ich werde bestimmt 22 Uhr da ankommen ja wahrscheinlich ja nice ich mach das nicht nochmal beste Timing ich bin dafür dass wir nur noch nachts looten gehen und tagsüber bauen das ist mir zu anstrengend ich werde nervös krepiere also geh drauf und ne oh nein das ist jetzt aber nicht in dieser Stadt mit diesen Zombiebären oder moin Jürgen 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 ist auch schon wieder spazieren hier wedeltua Abendspaziergang macht er guter Mann ähm hä wie ihr a bissl döbe hä hä ich hab Essen gefunden jetzt hier oder was ich glaube dieser Hund ist einen natürlichen Tod gestorben und der ist noch halb verwest das heißt die andere Hälfte ist noch gut und können wir essen der liegt da maximal im Monat oh ja es ist in der Stadt Jasmin naja Stadt in dem Vorort mhm Kleinstadt Salud ne ist es nicht warum lässt du eigentlich das Feuer brennen wenn hier nix drin ist äh da war was drinnen da war Blei und irgendwas noch drin aber kannst ja gleich wieder was einschmelzen wenn leer ist oh ein Häschen komm her du Sau ich bin Tierfreund hey cool hey das Motorrad kann rückwärts fahren nein wir haben gar kein Blei was soll ich denn einschmelzen wie geil ist das denn äh kein Messing Sand Ölgriff und so ein Dings habe ich oder hier äh Eisen wir haben noch mega viel Eisen ja mach ich sehr gut die beste Entscheidung die die Uwe treffen konnte Jasmin mhm zur Feier des Tages kriegt er eins in die Fresse der hat mich gehauen Jasmin ach ja wir hatten angefangen von euch beiden er hat angefangen mhm ich hab mich nur gewehrt das glaube ich nicht ja ich sag ja 22 Uhr komm ich da an wunderbar 22 Schuhe ja aber es macht mir wohl nix ich bin mit meinem Schopper unterwegs wie weit muss ich denn fahren wo ist das denn mhm gib Gas Egon ich hab grad in die Landkarte geguckt warum sind nachts so viele Zombies unterwegs warum sind die eigentlich so schlecht gelaunt jetzt aber bist du denn da da war ich noch nie das ist ja mitten in der Waller Pampa oder was ja da ist doch nur die Mod drauf auf dem Helm da war gut dass ich ne Cross Mofa hab ich weiß nicht was ich selber mitdenken kann Honig oh nein mein oh nein oh Gott nein kein Honig kein Honig und ich hab mein Motorrad geschlagen du musst dich schnell ok streng genommen müsste ich das auslooten denn die Mission beginnen und und nochmal looten Alter ist sie schnell gewesen die war ja direkt hinter mir der ist ja auf 22 Uhr nein ich mein die waren ja eigentlich voll weit weg wollt ihr noch mehr aber ich mach erstmal die Bude leer hier ne geil ey du glaubst nie was ich in der Tasche gefunden hab ein Wasser wenn ich das anders mache und dann Platz dafür ich guck mal ob ich hier irgendwie sneaky peeky ins Haus komme wo kann ich denn die Sicht aber dann mal gucken okay das war so dumm ach so jetzt aber ey geht trotzdem nicht Flammen wehren Aua nein ja ja was machst du denn ich hab irgendwie habe ich das mir mit dem sneaky peeky anders vorgestellt sneaky was hu 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 das Schlossgespenst hu 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 blöder Köter komm her hier ich bin nicht so auf die Fresse Ah, da kann ich das. Ich habe vielleicht jetzt gerade aus Dummheit auf mich aufmerksam gemacht. Das ist ja nichts Neues. Eines Tages lerne auch ich dazu. Kann man nur einen rausmachen? Ich könnte auch die Kisten... Die habe ich jetzt gar nicht mit, ne? Doch. Wenn ich hier fertig bin, mit Luten, dann packe ich die Kisten von der Tür und starte dann die Mission. Dann werden die Kisten resettet, ne? Resettet, resettet. Da muss ich auch gucken, dass ich mal einen Motorrad in die Sicherheit bringe, oder? Ich weiß das nicht. Ja, wahr. Ja, wahr. Sicher ist sicher. Ja, wahr. Ja, wahr. Ja, wahr. Ha. Wer kann da raus? Geil. Ja, das ist schön. Wofür Pimp, ne? Das hast du auch nicht gemacht. Dieser blöde Köter ist schon wieder hier. Achso, ich brauche Pfeile. Der Hund ist da. Ne, nicht wirklich. Hat sich schlafen gelegt. Scheiß Töne. Ey. Was denn? Was wird denn das hier, Leute? Äh, ich, ich, ich leih mir das. Ich bring's zurück, klar nicht. Ne, ich mein hier. Hä? Achso, ja gut, weil ich mach auch überhaupt nix. Wo sind die denn? Wo hast du Besuch? Ey, du. Ja, ein Bär. Der macht gerade alles kaputt. Bist du in der Basis? Ja, ja. Scheiße. Wäre besser, wenn du draußen gewesen wärst. Oha, er geht hoch, ey. Auf den, auf den Turm? Ja. Müssen wir gucken, ob wir danach was reparieren müssen. Nein, der haut da. Mein Bär hat ja Power, ne? Wenn der zuschlägt. Aber voll geil, dass der da auch hoch geht. Ne, der wollte nur die Treppe hoch. Aber ich hab ihn gekillt. Gar kein Problem. Ja, ich hab ihn auch gerade gekillt. Easy game. Hab ich überhaupt mein Messer hier? Ne, mein Messer hast du mir auch nicht wiedergegeben. Dein Knochenmesser? Oh. Das ist, äh, in der Kiste. Am Herd. Ja, ist ja, löst er sich doch gleich auf dann, hier. Die ganze Tasche für einen Knochen. Haben wir noch guten Loot? Oh ja. Weißt du, das ist, nervt, sowas nervt mich, ey. Au. Türrahmen. Eigentlich dürfte mein Hobbit ja gar nicht verschwinden, wenn ich hier starte. Mann, ey. Geil, ich hab jetzt ein Stufe-3-Messer. Also, angenommen, ich würde seine Tasche holen, wo könnte die denn liegen? Oh, immerhin. Oh, immerhin. gab's hier nicht, ne? Aloe Vera-Creme. Geil. Ich hab mich noch nie so frisch gefühlt. Jasmin, fass meine Haut an. Fass jetzt meine Haut an. Und in der Toilette waren Mais-Samen. Die werden uns munten. Was ist denn das? Wo sie sind da? EP-Zuwachs, 20% Dauer, 4 Minuten. Großvaters Lern-Elixier. Die müsste man vielleicht, äh, ein bisschen schlürfen, wenn man hier einen Erdbohrer hat und ein bisschen Boden abbaut. Okay, das ist draußen. Dann brauche ich ja gegebenenfalls die Kisten gar nicht platzieren, jetzt. Einmal ein bisschen was aussortieren. Okay, mehr geht nicht. So. Mission ist gestartet. Oh, unberührter Müll. Wer hätte damit denn jetzt gerechnet? Ein Auto zum Abbau? Ha, was ein Zufall. Vorräder aus dem... War ich im Übersuch ein 19,5 Meter? Was hab ich? Was hab ich denn für Schuhe an, Jasmin? Ich hab immer noch keine Punkte zu vergeben. Oh, ich hab die gleiche Stiefel. Ich hab auch noch nichts gekriegt. Frechheit. Dann werd ich aber brummig. Brummig? Wie ist das denn? Ne Brummbär. Ein Steinfeuer. Ach, ich hab den Hund gar nicht ausgeschlachtet. Ich lerne dazu, Jasmin. Bestimmt dahinter. Oh, Kaffeeautomat. Wir sind Kaffeepulver. Können wir jetzt was... Klebeband und geschmiedertes Eisen. Oh, hä? Wir müssen mal Klebeband und geschmiedertes Eisen machen. Für Reparatur-Kids? Ja. Das Klebeband ist so das Problem dabei, ne? Klebeband, Stofffetzen und Klebe... Klebeband... Oh, Pätzen haben wir ja genug. Und Klebeband. Müssen wir mal gucken. Sieben. Oh, Herr Atta. Sind auch noch welche. Ne, sonst wir haben auch noch trübes Wasser und Knochen da. Damit geht das auch? Ja. Ja, genau. Mach mal das, weil das ist besser. Das kriegt man doch... Officer Schlotz. Ich wollte hier ehrlich nicht einbrechen. Ich habe einen Schlüssel. Ich passe auf die Blumen auf. Weg mit dir, du Schandmaul. Was ist denn du so komisch? Hm? Gar nichts. Ihr habt nichts gemacht. Hier ist nichts passiert. Absolut gar nichts. Mhm. Das war wohl ein Grip ins Klo. Ich dachte, ich höre noch was. Ob ich für die Zombies auch leise abbaue, wenn ich in die Hocke gehe? Hm. Weil für mich ist der Sound dann automatisch mit leiser. Hm. Ja. Das haben wir geschafft. Deine Leibspeise habe ich auch gefunden, Jasmin. Hm. Katzenfutter oder was? Ja. Aber wo soll ich hier? Ich bin nur 17 Meter entfernt. Der zeigt dir das auch im Kreis an. Ich habe keinen... Wenn du da bist. Ja, wenn du da bist, zeigt er dir das an. Wenn du an der richtigen Stelle bist. Oh, den habe ich vorhin gar nicht gesehen, den Rucksack. Komm ich da hoch? Der zeigt dir das auch oben an, ne? Wo du hin musst. Ja, aber... Wenn du da bist, dann zeigt er dir ganz wenige Meter an und dann ist da ein Kreis. Und wenn sie 17 Meter sind, dann musst du da wohl noch weiter gucken. Möglicherweise. Nee, nicht. Das ist so. Schmelz-Tiegel. Nö, kein Schmelz-Tiegel. Klopf, klopf. Servus, junger Mann. Wieso stürmisch? Hab ich da Wüste richten? Kann ich nicht mitnehmen. Oh, jetzt muss ich aber zerschronnen. Können wir selber herstellen. Was denn? Äh, Pfeilspitzen. Aus Eisen. Aber die nehmen wir ja eh eher weniger. So, trinken muss ich sowieso. Essen auch. Denn der Kaffee. Hm. Pfeilspitzen. Pfeil. Pfeil, 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 Pfeil. Pfeil, Pfeil, Pfeil. Ich könnte halt... Äh. Hä? Gib mir doch hier schwer eine Scheiße, ey. Ah. Das ist jetzt aber schwierig. Stört es dich, wenn ich dein Katzenputter esse? Obwohl, warte, ich trinke lieber drübes Wasser. Nicht, dass du noch traurig wirst. So, und ich bin jetzt 3,8 Meter entfernt. Muss ich hier raus? Übrigens habe ich mal diesen blöden Bauhelm weggelegt und die Mod auf meinen vernünftigen Helm gemacht. Das geht? Ich weiß. Ne, war eine Frage. Ja, natürlich geht das. Das heißt, wenn da die Mod drauf ist. Kannst du das doch umpacken. Was soll denn da nicht dran gehen? Kannst alles umpacken. Ich habe auch von dem einen selbstgebauten Gewehr da die Laserdings mit runtergenommen und auf mein Maschinengewehr gemacht. Ist das jetzt sprachlos? Nein, ich bin verwöhnt. Wieso? Weg mit dir, du Truthahn. Warum bist du verwirrt? Weil ich hier die Kiste, äh, die, die Tasche sein soll. Zwei Meter. Ja, musst du graben. Nee, ist im Haus. Ach so, ja, die liegt bestimmt wieder irgendwo oben drauf im Schrank oder so. Oh, jetzt wird die schon wieder, ey. Nee, mein, jetzt hätte ich ein bisschen anders machen. Kann sein, dass ich jetzt ein bisschen leiser bin. Ja, bist du auch? Na. Ah, warte mal. Ja. Wur besser? Ja. Wur besser? Ja. Hä? 1,9 Meter? Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Das regnet ja schon wieder. Unter mir vielleicht? Oder hier drunter versteckt? Zeigt das aber auch irgendwie an, ne? Wo die Tasche sein könnte. Ja, er gibt ja so eine grobe Richtung, aber ich, also ich, also ich, also ich, also ich, ich habe, ich glaube, ich zeige dir denn an. Ja, genau. Ich hatte das letzte Mal im Schrank. Ja, vielleicht hinterm Bild. Ich habe hier noch ein Bild, das, ne, ich, aber ich komme immer weiter weg. Ja, ich hatte das im Schrank. Unterschrank, ne? Im Unterschrank. Das muss eigentlich, sagt er, 3 Meter, 2 Meter, 1,50. 1 Meter, 1 Meter, jetzt sagt er schon wieder weiter weg. Ein Moment. Die Katze wird raus. Lass, lass die Katze aus den Sack. Kann die oder was? Na, sie schon. Na, bei Lu würde ich heute noch gerne drin lassen. Die will, glaube ich, machen wir auch nicht raus. Nö, nö. Du bist aber mega leise. Ja, so besser. Ja. Ja, ich habe meinen Kopfhörer hinter das Ohr ein bisschen geschoben, damit ich, äh, Dings ein bisschen höre hier. Wegen, du weißt schon. Ja. Ich, ich distanziere mich. Ich komme näher auf einen Meter. Ich distanziere mich. Ja, irgendwo bestimmt oben oder in der, irgendwo in dem Schrank. Wahrscheinlich da, wo du die ganze Zeit dran vorbeiläufst. Das muss eigentlich hier oben sein. Ach, wow. Ich bin so intelligent. Nö. Was ist das? Oh, ach so. Weil du wow gesagt hast. Ja, weil mir ist gerade aufgefallen, dass der, ähm, der geht zwar auf die Entfernung drauf ein, wie weit ich weg bin, aber nicht, ob das über oder unter mir ist. Ja. Na, nee, das zeigt er dir auch nicht. Ach, ich bin so doof. Mein Anfangsverdacht. Befunden? Ja, aber ich habe keinen Platz. Kleinen Moment. Habe Platz. Lassen Sie mich in Ruhe, junge Dame. Und kommen Sie nie wieder. Ja, habe ich es gezeigt. Ja, ihr habt schon ganz tolle Angst jetzt von ihr. Ja. Kommt doch nie wieder, ne? Ja. Ich habe einen Polizisten hier im Haus. Ja, geil. Dann habe ich die Tasche, habe ich gekriegt. Kann ich die eigentlich klauen? Wie klauen? Nee, die bringt ja nichts. Nee, ich dachte, ich kann vielleicht die öffnen und gucken, was da drin ist. Mhm. Kannst du nicht. Nee, kann ich auch nicht. Kannst du nicht. Nee, das konnte ich auch nicht. Kannst du nicht. Meinst du nicht? Mhm. Hm. Nee, kann ich auch nicht. Kannst du nicht. Ich möchte auch nur ein Schmelstiegel haben. Äh. Ach, ich kann ja jetzt eh nicht zum Händler, ne? Okay, so. Ach, die haben seine Kacköffnungszeiten. Warte ist aus dem guten 24 Stunden Kiosk geworden. Na ja. Gibt's schon lange nicht mehr. Moin, Schwester. Ja, fortgeschrittener Ingenieur müsste man... Kopf los durch die Nacht. Machen. Nee, Schmelztiegel musst du Bauplan finden, oder nicht? Ey, hier fehlt doch fortgeschrittener Ingenieur und da drunter Bauplan Schmelztiegel. Ist nicht dein Ernst. Oh, ich hab doch fortgeschrittener Ingenieur schon, äh, drei von fünf. Hätte ich den Mechaniker weggelassen, hätte ich den schon leveln können. Wie, wie weit brauche ich denn bis zum nächsten Level? Hüfter, Tüftler, hab... Ah, ich hab keinen Punkt. Äh, du, äh, das ist der letzte Punkt. Ja. Aber bis zum nächsten Level bräuchte ich... Bräuchte eigentlich erstmal ein paar Punkte. Damit ich die weggeben kann. Oh, da läuft grad ein Hund in... Wo ist er denn? Ich bin blind. Ich seh das grad nicht. Ah, hier. Boah, ich brauch 75.000 Punkte bis zum nächsten Level. Und ich brauch zweimal nächstes Level. Wo kann man das denn sehen, wie viel man zum Level braucht? Ähm, du gehst auf dein Manykicken, also Tabulator-Taste. Hab ich. Ja, 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 ja. Und dann auf diese Grundcharakterwerte links, da ist so ein Manykicken, der sind so ein Säulendiagramm und ein Pokal. Davon das mittlere. Hä, 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 was? Wenn du jetzt die Tabulator pass... Den mit dem Hut bei Fertigkeiten drauf, oder was? Nein, den nehmen wir den Hammer, den Weihnachtsmann. Ach so, den da. Genau. Und dann hast du links jetzt wieder ein Weihnachtsmann, ein Säulendiagramm und ein Pokal. Dann nimmst du das Säulendiagramm. Und das vorletzte davon, da steht dann, wie viele Punkte du noch brauchst. Boah, das ist ja alles, ja alles, ja alles, ja alles. Wie viele Punkte brauchst du denn noch, Jasmin? Ich bin noch. Oh, scheiße, auch so viele. Wie viele brauchst du? Ja, 75.000. 10.000. Aber du hast fortgeschritten, der Ingenieur, noch gar nicht, ne? Auch einen. Ja, gut. Ich bräuchte vier, doch mal noch. Ja, ich brauch nur noch zwei. Oh. Oh nein. Oh, ist das gemein. Das muss auf einen Arm krabbeln. Ich hab auf jeden Fall meine Punkte falsch gelegt. Aber wenn wir irgendwann nochmal neu anfangen sollten, wie in einer anderen Stadt... Also, dann weiß man das ja wenigstens, ne? Ich würde von meiner jetzigen Erfahrung her auch anders investieren. Naja. Na ja. So ist das. Leben. Diebung macht den Meister. Achso, ich kann... Ich hab' gar keine Dings mehr. Ja, wuhu, keine. Ich hab' nichts geschossen. Achso. So, wenn ich davon 75.000 abbaue... Blei ist auf. Nicht hier. Wir haben gar keins mehr, war. Blei? Wir hatten doch... Wir hatten doch so viel Blei. Hab' ich eingeschmolzen schon. Brauchen wir das noch für irgendwas? Ja, für Geschossspitze, aber ich kann das... Hier ist kein Blei. Da muss man im anderen Schmelzofen gucken. Oben? Ja, irgendeinen. Ja. Ich mach' jetzt hier alles kaputt, in der Hoffnung auf XP. Könnte ich die Tür auch öffnen, aber ich schlage sie ein. Oh, hier geht's auch noch nach oben. Wie kann ich mir das nehmen? Aus dem Ofen musst du Blei herstellen. Kannst du nicht? So, ich muss ihn erst mal anmachen. Ja, jetzt kann ich's. Oh, nein. Hier ist ein Waffenschrank. Ein großer. Boah, 5000 HP. Ich will das nicht immer tun müssen. Das frisst aber Ausdauer. Ich krieg' auch zwischendurch keine HP dafür, ne? Ich hab' keine Nahrung. Das tut mir jetzt so leid, dass wir das wieder machen müssen. Mhm. Aber wir wollen hier reingucken. Wo wollt ihr reingucken? Ja, du stirbst auch wieder. In nem Waffenschrank. Trink mehr Wasser. Das muss oben rein... Dann ist er gleich wieder... Oben rein... Hinüber. Hä? Bist du gleich wieder hinüber? Na, nein. Ich trink' Wasser. Bis ich so voll bin, dass es oben reinläuft und unten einfach wieder rauskommt. Im selben Tempo. Na denn. Äh... 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 Entschuldigung. Asmin, bitte. Hm. Kontenors. Und? Das ging... Verblüffend schnell. Das ging verblüffend schnell. Ich muss einmal zum Mobile, ich hab' keinen Platz. Ich muss einmal meine Taschen leer machen. Ich kann so nix mehr mitschleppen, Asmin. Hat du meine Mofa gesehen? Nee. Gott, ich hab' an der Straße gepackt. Wie weit weg ist das denn? Naja, immerhin ein bisschen Platz. So. Es geht jetzt nur einmal nach oben und einmal nach unten. Kaffeepulver, das brauch' ich halt jetzt nicht. So einen Ofen abzubauen, das gibt wirklich wenig XP, ne? Ja. Das reicht nicht. Das hab ich schon gemoddelt. Jo. Das hätten wir erledigt. Das ist mein Werkzeug kaputt. Hm. Ach verdammt nochmal. Leute, das nützt nichts. Ich mut was zerlegen. Die kann das sonst nicht mitnehmen oder ich esse die hier. Ach so, fertig jetzt her? Ich versuche das mit Nahrung zu kompensieren. Und dann werde ich da mal... Wo sind sie denn? Hä? Ich musste jetzt doch dein Katzenfutter essen. Hä? Ich dachte, das hast du vorhin schon. Ja. Hab ich. Ganz sicher. Kunststoffabfall. Mechanische Teile. Wieso kann ich die nicht mitnehmen? Hm. Die hab ich nicht immer in der Tasche. Nicht in deiner Tasche. Halt du nicht in deiner Tasche. Jo. Jetzt hab ich das Problem aber gelöst. Oh, hier ist noch ne Luke. Warte, 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 warte. Warte, erstmal muss man zum Mordbett. Ein. Wenn. Ach ne, Eisen hab ich schon. In allererster Instanze müssen wir einmal gucken, was wir hier am Platz schaffen können. Jasmin, es ist Tag. Ich würd grad sagen, wow, du hast überlebt, ey. Ja, sicher hab ich schon überlebt. Hast du was anderes erwartet? Ja. Baa. Jetzt hier so ein richtiger Call of Duty Moog. Ich kann aber nicht springen. Oh oh. Nasenpiercing. Oh mein Gott, wie sieht das aus? Geil. Nasenpiercing? Was? Nein, nein. Ich hab hier niemanden gepierst, ich hab keine Lizenz. Oh, ich hab ein Wasser. Oh, hier sind ja gar keine Dinger mehr. Hm. Hier ist zwar ein Lämpchen, aber hier ist nix cooles. Wir haben ein paar Weinfässer, die nehmen wir mit Jasmin. Da saufen wir uns heute Abend die Hucke voll. Der Stein. Ja, geil. Das hätten wir geschafft. Dann kann ich... Ah ne, wann macht denn der Händler auf? Um 8, ne? Weiß ich nicht. Glaube. Ich glaub auch 8 Uhr. Ich kann ja nur mal ein bisschen nach dem Buch gucken. Hier sind noch mehr Häuser. Ich muss einmal nach Hause kommen. Ich muss einmal Platz machen. Ach, das ist so ärgerlich. Ich brauche unbedingt mehr Stauraum. Ich muss gar nicht mehr Platz machen. Ich kann die Kisten platzieren. Irgendwie versuchen die immer hier rein zu kommen. Aber dann könnte ich auch erstmal zum Hinterfahren. Huch. 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 Ja, sakre blöd noch eins. Huch. 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 Bleib schon um der Eck. Weischt. Um der Eck. Ich steh' doch nicht, warum die immer hier rein wollen. Geil. Stehst du auch noch, ne? Äh. Wieder an der Mauer. Ja. Ja. Da die Ecke wieder. Hinten. Vereintes Amerika. Möglicherweise. Weiß ich nicht, worum. Hä? Nee, wieso weiß ich auch nicht. Was ist denn das hier? Ich war doch hier gerade. Wo haut denn hier schon wieder eine gegen? Hä? Wir sind schon wieder hier hinten. Ich schreiere... Oh Gott, verdammt. Die hat noch nicht geschrieben. Ist sie tot? Ja, ja, die ist hier wieder an meine Stachelfein gelaufen. Und dran gestorben? Ah. Das ist so in Ordnung. Naja, aber ich hab die gerade neu gemacht. Sehr ärgerlich. Wieso parke ich immer so weit weg? Ich hab die gar nicht gesehen eben. Von wo kam die denn? Jeder Gang war Schlange. Also, dann kann ich hier noch was decken. Dann können die noch was mitnehmen. Sehr komisch. Funny Moments. Ja, das war komisch, wa? So, außer die Quest hab ich glaube ich sogar nicht mal was zum verkaufen diesmal. Wir können ja in der Basis eine Kiste machen, wo wir die Sachen für den Händler reinschmeißen. Das wenn wir sagen, hier, wir gehen zum Händler, dann machen wir die Kiste leer und nehmen die mit. Geht was? Ja. Ja, so Sachen, die wir verkaufen. Ach, hier ist ja erst die Militärbasis. Hab ich aber doch ein ganzes Eck weg, wa? Ja, nach einer durchzechten Nacht laufen Trunkenbeute durch den Wald. Wie im echten Leben. Stuntshow. Hm. Find's ein bisschen schade, wenn du berghoch fährst, verlierst du Geschwindigkeit. Wenn du bergrunter fährst, kriegst du aber keine dazu. Hm. Also, es fühlt sich so an, als ob ich langsamer... Doch. Ja. Definitiv bin ich langsamer, wenn ich den Berg hochfahre. Sag bloß. Das liegt bestimmt an dieser verfluchten Schwerkraft. Ach. Reise. Noch eins. Ich hab hier einen Holzstumpen, da könnte Honig drin sein. Ist aber nicht. Ich habe hier aber auch noch so eine Flugzeugkiste. Na denn. Vielleicht haben wir ja Glück. Aber bringt mir nix, ich hab 30%. Müssten schon Antibiotika und Honig sein. Antibiotika und Honig. Ne, die hab ich nicht. Da war ein, äh... Schöanthem-Rezept drinnen. Und... 500 Pflastersteinwürfel. Die sind geil. Da können wir was krasses draus bauen. Wie ne Basis aus Pflastersteinwürfeln. Boah, ich bin jetzt noch beim Trader Joe. Ich geh... Gehst du? Ja, ich komm erst mal nach Hause. Der schmeißt mich nämlich raus. Woher schmeißt der dich raus? Weil der noch gar nicht auf hat. Hä? Und dann konntest du reingehen? Da kann man doch noch gar nicht reingehen. Ne, ich bin nur rangefahren mit dem Moped. Und dann hat der mich, äh... Direkt rausgeschmissen. Also noch vor dem Grundstück. Er hat mich seines Landes verwiesen. Ohne zu zögern. Dass er aufmachen kann er nicht, ne? Aber rauskommen. Und mich rausschmeißen. Das geht. Obwohl ich nicht mal drin bin. Ganove. Das sieht geil aus. Oh, diese ganzen Kilometer. Ich brauch ein schnelleres Fahrzeug. Weißt du, was ich eben gerade herausgefunden habe? Hm? Ich bin mit dem Moped zwar überhaupt nicht schnell, ne? Hm. Aber es hat zwei Geschwindigkeitsstufen. Hm. Und ich fahr die ganze Zeit in der ersten. Okay. Das bist halt du, Patrick. Ja, ich bin dumm. Ich hab keine Ahnung, wie eine Gangschaltung geht. Was war das da hinten? Jasmin! Kannst du mich hören? Ich bin wieder da. Ich glaube schon. Dein Leben hat jetzt wieder einen Sinn, Jasmin. Okay. Mal gucken, bis wir hier von Nützliches gebrauchen können. Ich hab auch noch Kohle. Wenn du Kohle haben willst, ich hab Kohle, Jasmin. Mann mit Grill sucht, Frau mit Kohle. Jetzt blei ich mehr. Erstmal. Ich hätte hier noch Blei zum Einschmelzen. Guck. Ähm, was würde ich da machen? Aber großzügig aussortieren. Hä? Hä, was? Sag mal, was für Stiefel hast du? Gute. Stufe 6? Weiß ich nicht. Ich könnte dir nämlich Stufe 6 Stiefel geben. Ja, so ist erstmal ganz cool. Ich hab ja auch nur Mod und so drauf. Alles. Wenn du nicht möchtest. Nö, nö. Nimm mal. Ne, ich hab ja welche. Ich hab die gleichen. Ich pack mal die Stufe 6 erstmal in die Kiste mit den Rüstungsteilen. Dann kannst du dich da nochmal bedienen. Hm. So. Ich glaub, wir müssen gleich Ende machen. Ja. So, warte. Ich will hier noch schnell meine Sachen wegsortieren. Ja, warte. Ich hab ja schon gesagt. Oh, ich hab ja schon gesagt. Wie ist denn da? Ich hab ja schon gesagt. Ja, ich hab ja schon gesagt. O was ist denn da? Wie ist denn da? Wir brauchen mehr Kisten, da kümmere ich mich jetzt demnächst um, bis sie mehr System reinkriegen. So, den Rest würde ich sagen, mache ich nächste Folge. Ich kann nur noch den einen Flachmann hier einsortieren. Geil. Bald haben wir hier alles für eine Bar. Ja, wir können da irgendwie auch so schrankmäßig was Offenes bauen, dass man das sieht, dass das eine Bar ist. Dass man so die Flaschen sieht, das wäre geil. Alles klar, das war es auf jeden Fall von uns heute. Mal eine bisschen ruhigere Folge. Ich glaube, ich war recht ruhig, oder? Ja, mal eine ruhigere Folge, mal was anderes. Ab morgen geht es wieder los mit Blödsinn, Schabernack und Spiel rein. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Tschüss.